hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde heute teil 11 meiner bloggeschichte mit dem fitness gedöns und liegestütze und so weiter heute mal in einer anderen auflösung ich dachte so ich probiere mal mit dem handy aus das video aufzunehmen einfach weil ich gerade keinen bock hatte so kamera aufzubauen und so als musste jetzt schnell gehen als habe ich mit handy gemacht bin nämlich extrem im stress ich war vorhin noch unterwegs bin nach hause habe dann schnell meine liegestütze gemacht habe dann ein workout gemacht habe dann noch schnell an die vorher vorher hühnchen gemacht ich habe da gerade pull chicken im ofen das muss noch sechs minuten schlag mich tot pull chicken im ofen dazu mache ich nachher noch einen fetten salat und video dazu für morgen habe dann quasi zu hause meine liegestütze danach gemacht habe dann mein workout gemacht habe dann mein video von heute gemacht habe das hochgeladen und mache halt jetzt hier noch die aufnahme um die dann auch noch nachher hoch zu laden also ich bin so ein kleines ganz kleines bisschen im stress muss sagen deswegen heute nur mit der handy version was den was mein workout angeht das tue ich euch mal wieder hier einblenden diesmal auch mit meiner figur die ich dabei gemacht habe mag vielleicht witziger aussehen als es war also es war eher anstrengend man sieht halt leider in der brille nicht wie doof man aussieht vor dem spiegel ist immer was anderes meine 100 liegestütze habe ich gemacht ich habe mächtig krassen muskelkater von gestern von der von dem 20 minuten workout das hat mich komplett entgleist also mir tut wirklich alles weh hier die armen beugen die schultern die brüste das ist mir tut eigentlich quasi alles weh ist aber egal ich habe trotzdem durchgezogen wieder meine 100 liegestütze gemacht wieder meine einmitteln planking gemacht und statt einem 20 minuten workout habe ich ein 10 minuten workout auf stufe 1 gemacht aber das hat auch in sich gehabt also ich habe echt geschwitzt und ich habe trotzdem 130 kalorien verbrannt wobei bei meinem körpermaß sind es wahrscheinlich ich denke mal 1000 es waren bestimmt 1000 können nur 1000 gewesen sein naja und da gibt es dann zum abruhen noch einen leckeren salat dazu halt pull chicken klar jetzt werden wieder viele sagen ja das mit dem chicken ist jetzt keine so gute idee ja aber wenn ich jetzt gar nichts mehr an irgendwas zu nehmen werde ich wahrscheinlich irgendwann tot umfallen und dann brauchst du keine diät mehr machen dass das also falls das jetzt hier die ganze zeit läuft also das ist schon es war witzig ich denke mal es sieht doch witzig aus vor allem weil jemand sieht halt wirklich so ein bewegungslegastheniker von außen gesehen ich habe kurz in das video reingeguckt ich habe es jetzt noch nicht ganz gesehen ich werde es auch noch mal falls falls es falls es so mit der überlagerung funktioniert haus vielleicht noch mal als extra video bei youtube rein dass ihr die ganzen zehn minuten angucken könnt ihr müsst nicht natürlich das ist quasi immer so so eine kann sache das hat bestimmt erst spät heute abend habe ich machen oder morgen früh morgen früh muss ich auch noch zwei skripte für mein kommendes buch schreiben also manneskripte manneskripte skripte keine ahnung irgend so was text texte mit rezepten bei der verlag hätte das gerne für die die es noch nicht wissen ich will zu weihnachten diesen jahres will ich ein buch ein kopf buch veröffentlichen was du auch so ein bisschen zeit story von mir hat einfach weil es kann eigentlich kann ich gar nicht keine zeit dafür ja was gab es noch so schön ist nicht eigentlich eigentlich nicht ich habe jetzt angefangen wieder ein paar shorts bei bei youtube hochzuladen dass ihr quasi die möglichkeit habt meine 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 kurzvideos die auf tik tok und insta sind auch wieder bei youtube zu gucken ich glaube ich habe vier videos gleich hochgeladen ja dann so nach und nach dass sie da ein bisschen aufstocken und jetzt abends einfach immer beides hochladen ich möchte einfach den die diese den silbernen play button von youtube haben mit 100.000 follower also jetzt auf jeden fall ich brauche den play button ja etwas nach die waage die waage sagt dass nur wieder 0,3 kilo abgenommen habe aber das ist das macht mich nicht ganz so traurig weil ich fühle ja wie es hier oben einfach also dadurch dass es so krass spannend denke ich mal es wird auch irgendwie mehr auf dem arm hier spannt doch alles also ich glaube dass das jetzt gerade zuerst abbaut das fett rings rum und dann erst der bauch dran ist es ist ja immer so wenn man an einer bestimmten stelle abnehmen will dann nimmt man ganz woanders ab solange der schniedel nicht kleiner wird ist es mir eigentlich auch egal wo ich zuerst abnehmen hauptsache ich nehme was ab oder werde zumindest wieder schlanker die bilder zeige ich euch noch nicht aber ich hebe die auf zum vergleich dann also ich habe jetzt letzten montag diesen montag und nächsten montag ich mache eigentlich jeden montag werde ich halt ein bild von mir vor dem spiegel machen und die werde ich irgendwann mal so in so einem eine minute video reinpacken solange mache ich die kacke gar nicht da ich werde jedes bild 20 minuten angezeigt ich werde das mal irgendwann in so ein 15 sekunden video reinpacken wie sich eben halt das alles so da durch zieht ob sich körperlich was bei mir verändert so das war es auch schon ihr merkt schon ich bin irgendwie schon wieder gut raus ist es macht mich echt glücklich sport macht mich glücklich ich habe ja gehört dass das glücklich machen soll aber ich den grund auf negativ eingestellt ist und immer immer so genau an und früh überlegt mit was er sich zuerst erhängt windfaden oder genau das ist so doch es macht wirklich glücklich bin sehr motiviert weiterhin sport zu machen ich finde es immer noch schön wenn ihr alle zuguckt jetzt kommt der hund reingeladen das hört man schön am klacken da drüben kommt er vorbei jetzt tut er hier am tisch schnüppeln ja ist egal ich muss in zwei minuten mein chicken rausholen ich wünsche euch allen einen wunderschönen abend ich danke euch fürs zugucken danke das war tag 11 wir ich melde mich dann morgen wieder mit tag 12 bis dahin bleibt gesund bleibt sauber und vor allen dingen abonniert mal auf den kanal wenn ihr wenn ihr immer zuguckt dann abonniert den kanal ich will die 100.000 follower auf youtube haben bis dahin macht's gut noch mal noch mal noch mal ich habe quasi mich angeguckt ist also das ist so am handy das so ich gucke mich an ich will die kamera angucken bis dahin macht's gut und ciao